Und damit meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren ORAs Wifi Kampf. Heute gegen den lieben Daeron 308 oder Deeron. Wer weiß das schon so genau? Er vielleicht. Auch begann als Tobias. Ja, ich möchte einen einzigen Kampf mit ihm austragen. Eigentlich sollte ich jetzt gegen jemand anders kämpfen, aber da gibt es irgendwelche Probleme mit seinen Pokémon. Das stelle ich kann sein Team nicht herausfordern. Also vorerst der Rest den Tobias heraus. Der Tobias muss nur annehmen, dann dürfte das auch kein Problem werden. Er, Tobias nimmt an, das finde ich aber sehr lieb von Tobias. Interessanterweise hatte ich sogar schon mal einen Kampf gemacht gegen Tobias, oder versucht zumindest. Und das wurde nichts. Denn da ist seine Verbindung abgebrochen. Wollen wir hoffen, dass es dieses Mal besser läuft. So, letztes Mal hatte er mit Dingens geleadet. Mit seinem... Wie heißt es? Das Wasserboden-Ding, Moorlaut. Und er hat... Wisst ihr, was ich jetzt... Wisst ihr, was ich mache? Ich hoffe, das ist jetzt kein Shortcut für das andere, aber ich werde einfach sein Team einmal pushen. Dann habe ich das jetzt hier auf meinem Screen. Da kann ich immer sehen, was für ein Team er hat. So, bei seinem Team... Ich glaube, ich liege dieses Mal mit Vendetta. Denn... Ich frage ich, ist liege der wieder mit dem selben Pokémon. Das ist eigentlich relativ egal. Denn... Nichts in seinem Team mag Alagladi. Klar, bei einem sehr effektiven Move ging alles in seinem Team... ...außer dem Urdoch. Ich glaube, Urdoch... Das... Ist das Urdoch... Ist Urdoch fehl? Ich glaube, Urdoch ist auch zum Teil fehl geworden. Oder war das nur die Mega-Entwicklung? Ich hoffe, es ist nicht viel geworden. Doch, es... Ne, es ist nur normal. Moment, ist das ein Mega-Urdoch? Ist Mega-Urdoch Enju? Ich mag den Namen. Ich mag den Namen. Hm, die Frage ist bloß, ist er gescaft? Denn wenn ja, ist er schneller als wir und killt uns. Und das finde ich nicht gut. Also gehen wir in Reggie Rockstar. Ich kenne zwar seine Fähigkeit. Er verliert die Hälfte seines Biesen, seines Angriffs, wenn er unter Hälfte der Kapiel fällt, aber... Er geht auf Abschlag. Okay. Schnappt sich damit die Citro-Behre. Und auch auf die Gefahr hin, dass er das prediktet, gehe ich jetzt auf die Donnerwelle. Denn es ist, wie gesagt, mein GPL-Reggie Rock. Das heißt, er könnte es ahnen. Und einfach in seinen Warlord gehen. Ja. Okay. Ist kein Problem. Ich hätte auf die Tarnscheine gehen können, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Was gehen wir? Wir wechseln in Galagladi. In der Hoffnung, dass er sich... Ich glaube, er hat irgendeinen Boost-Move. Ich glaube, er hatte Fluch drauf. In der Hoffnung, dass er auf Fluch geht. Ja, er geht auf Fluch. Ich meine, ich freue mich nicht über Fluch. Aber... Wir haben die Laubklinge. Und die könnte dem Ding ordentlich Schaden machen. Bzw. die sollte ihm ordentlich Schaden machen. Jo, das ist ein... Ich glaube, der Krill hat gemattert. Ich trage den Expertengurt. Ähm... Das ist natürlich fies. Ich meine, er hätte... Er hätte dann so oder so auswechseln müssen, denn er hätte keine 2 tanken können. Okay, und damit verrätst du mir gerade so ziemlich, dass du... Oder ist das Ding von Natur aus schneller? Das kann natürlich auch sein, dass er von Natur aus schneller ist. Ich predigte an dieser Stelle einen U-Turn. Aber ich würde auf Nummer sicher gehen. Nein, das Erdbeam. Oh. Das Ding ist so stark. Ja. Ich opfere es hier. Ähm... Ich glaube nicht, dass ich das tanken kann. Okay. Okay. Meine beste Chance gerade. Ich schreibe mir gerade nochmal sein Team auf, deswegen. Nicht wundern, dass ich gerade ein bisschen unkonzentriert bin. So. Meine beste Chance dagegen... Ist in Vendetta zu gehen. Ich gehe jetzt in Vendetta. Und... Gehe auf den Schlafpuder. Wenn er drinnen bleibt... Kann er gerne machen. Aber sonst muss er irgendwas schlafen legen. Und damit hätte ich kein Problem. Das darf er gerne machen. Nein, er wechselt es aus. Draußen bellt der Hund. Wenn man es vielleicht hört. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Und das Schlafpuder geht daneben. Im Ernst. Ich glaube, das hat mir definitiv gehört. Es kann sein, dass ich an dieser Stelle ein bisschen was muten musste. Wenn ja, tut es mir leid. Wir legen es hier schlafen. Meinetwegen gerne. Und ich glaube... Ich glaube, dass... Hm. Ich gehe hier auf den Falter reigen. Denn ich denke, ein Plus-Eins-Orkan... Oh, er bleibt drinnen. Ich wollte sagen, ich denke, ein Plus-Eins-Orkan sollte ausreichen, um das Archäopteryx auf unterhelfthp zu bringen. Aber er bleibt tatsächlich einfach drinnen. Und er... Er kriegt sofort den... Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, komm schon. Ich meine, okay. Okay, es ist vielleicht ganz fair wegen dem Crit. Und... Okay, ich dachte, wer als erstes geht daneben. Oder hat die Aquadüse drauf oder so. Ich glaube, ich könnte sogar Gigasauger erlernen. Vielleicht sollte ich lieber Gigasauger drauf tun beim nächsten Mal. Ich meine, die spielen nicht so oft N.U. Ich fühle überhaupt recht wenig Competitive. Deswegen weiß ich nicht so wirklich, was man hier rumlaufen sieht. Aber anscheinend sollte man das vielleicht mal in Erwägung ziehen. So, was machst du jetzt? Wechselst du aus? Bleibst du drinnen? Hoffst du, dass du aufwachst? Wobei, ich meine, jetzt in dieser Runde kann er, glaube ich, sowieso noch nicht aufwachen. Und... Ich glaube nicht, dass du ein Plus-Eins-Orkan tankst. Nein. Damit geht Kinglair down. Wenn der da macht gute Arbeit. Er schickt Steel Bag rein. Und will mich jetzt mit einem Ruck-Zuck-Heep finishen. Das erscheint mir recht offensichtlich. Deswegen... Gehen wir in Saint-Walker. Saint-Walker ist speziell defensiv. Ich glaube nicht, dass ich physisch defensiv viel aushalten werde. Aber es sollte genug sein. Naja, Eroas. Oh, wir wären sogar schneller gewesen. Oh, komm schon. Und er hat uns nicht aus Spide. Ich hatte ein Plus-Eins. Also, wenn du das prediktet hast, dann Respekt. Das Schöne ist, wir können in diesem Fall hier einfach auf die Donnerwelle gehen. Denn er hat nichts mehr, was nicht paralysiert werden kann. Saint-Walker übrigens auch benannt. Genauso wie mein Sphere-Fins nach einem Charakter aus diesem Comic. Aus Green Lantern. So, wir paralysieren. Ich bitte habe keine Lumberry. Okay, du hast keine Lumberry. Saint-Walker ist der Anführer der Blue Lanterns. Und ich meine, es ist ein Lantorn. Es ist größtenteils blau. Ich fand den Namen einfach passend. So, und an dieser Stelle gehen wir dann einfach auf das Siedewasser. Denn wir sind vermutlich nicht mal schneller. Doch, sind wir. Okay. Aber Siedewasser ist sehr effektiv. Und, ich hoffe, er dürfte ihn auf jeden Fall auf unter die Hälfte der HP bringen. Außerdem kriegt er hier die Paralyse rein. Und ich glaube nicht, dass er auswechselt. Höchstens in sein Ohr doch. Aber ich gehe einfach zur Sicherheit auf den Voltwechsel. Denn der Voltwechsel dürfte ausreichen. Ich wäre sehr überrascht, wenn der Voltwechsel nicht ausreicht. Damit geht auch sein Archaeopteryx. Siehst, das Archaeopteryx hat ja irgendeinen komischen Namen. Archaeops auf Englisch. So, was ist jetzt die beste Wahl? Ich glaube fast Nova. Wir gehen in Nova das Flamara. Ich glaube, der Toxic Orb müsste jetzt auch instant triggern. Und wehe, irgendjemand macht jetzt einen Joke über... Das triggert mich. Da muss ich euch leider hauen. Hier schickt der Minigunner rein. Oh, der Name ist cool. Der Name hat richtig Stil. Und wir gehen auf den Kraftkoloss. Er ist schneller als wir. Stecken wir einen Fokusstoß weg. Ja, tun wir. Locker. So, wir gehen auf den Kraftkoloss. Der Kraftkoloss kommt durch und... ...dürft. Okay. Kann das bitte jemand kalten? Einmal hat der Kraftkoloss gemattert. Und wie viel HP hatte er dann? Hätte ich ihn mit einem Ruckzugieb rausnehmen können. Ich bin Adamant, Full Angriff, Full HP oder Speed. Das ist allerdings relativ egal. Ähm... Ich möchte hier gerne rauswechseln, wenn ich ehrlich bin. Und zwar gehe ich einfach... ...in St. Walker rein. Um die Donnerwelle sicher drauf zu bekommen. Ich habe aber auch ein bisschen gedacht, du mein Gritz gerade. Ich meine, ich glaube nicht, dass das im Großen und Ganzen des Matches noch gemattert hätte. Ich hätte hier nach einfach St. Walker reinschicken können. Es ist meine spezielle Defensive Ball. Er wäre da nicht durchgekommen. Oder gehe ich auf Gedanken gut? Natürlich gehst du auf Gedanken gut. Okay. Ich weiß übrigens, ich sollte hier nicht noch Donnerwelle drauf spielen. Ich hatte ursprünglich... ...wollte ich Toxin auf Regi-Rock tun. Habe es aber vergessen zu ändern. Und ich möchte es nicht unbedingt zwischen den Matches ändern. Vielleicht mache ich es für das dritte Match. Aber hey, bis jetzt hat sich die Donnerwelle auf St. Walker ganz gut gelohnt. Er geht hier auf den Zauberschein. Hat vielleicht mit einem Switch gerechnet. Aber nein, ich habe nicht geswitcht. Ich habe nicht geswitcht. Gehen Sie in Necron. Necron, das Zwer-Finst, wie ich bereits sagte. Ich habe auch, für die, die Green Lantern kennen, ein Zwerglob mit dem Namen Black Hand. Er geht weiter auf das Gedankengut. Gut, das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich kein Fan von. Zumal ich nichts wirklich habe, was ich boosten kann. Aber ich kann immer noch auf den Crit hoffen. Und ich habe keine Kampfattacke mehr hier drauf. Ich dachte, ich hätte noch eine Kampfattacke drauf. Gehen wir stattdessen auf das Erdbeben. Ich glaube, der hat noch Drain Punch drauf. Aber ich habe Drain Punch anscheinend für Erdbeben runtergenommen. So viel Schaden macht das Erdbeben. Keinen Schaden. Das war ein Live Orb Erdbeben. Okay. Gut, ich hätte eine Idee. Dazu muss ich ihn allerdings dazu forcen, Wish zu benutzen. Ich muss ihn zu einem Wish forcen oder zu einem Safen Switch, damit ich dann Galagladi reinbringen kann. Dann kann Galagladi mit einem Step, auch wenn es nicht sehr effektiv ist, in Nahkampf gucken, ob es da Schaden machen kann. Er kriegt hier die Paralyse. Also ich kriege hier die Paralyse, wie auch immer man es sehen will. Das heißt, ich kann hier nochmal aufs Erdbeben gehen. Er wechselt nicht aus. Und er geht auf den Flammenwurf. Okay. Vielleicht hat er gar keinen Wish drauf. Das kann natürlich sein. Aber ich kann hier jetzt ziemlich easy... Ich dachte gerade, er wird disconnected oder so. Nicht, dass ich ihn vorwerfen würde, wenn er jetzt disconnected oder so. Von wegen, er hat einfach die Verbindung getrennt. Aber es wäre halt nicht schön. Und bei dieser Range... Ich möchte fast nicht auf Abschlag gehen, weil ich Angst habe. Bei dieser Range reicht auf jeden Fall ein Erdbeben. Ja, gut. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Nahkampf gehen, wegen der Verringerung in den Stats. Und ich spiele tatsächlich keinen Ice Punch auf dem Galagladi. Denn ich habe Ice Punch auf meinem Zwerfenst. Und hier spiele ich dann Nahkampf, Abschlag, Laubklinge und Erdbeben drauf. Ich wollte ein Team-Preview-Video, Team-Analyse-Video, was auch immer hier zu machen. Mache ich vielleicht auch noch. Das lade ich dann danach hoch. Nach den drei Kämpfen. Weil so kann sich dann niemand darauf einstellen. Und ich habe eigentlich nichts, womit ich dich wirklich treffen kann. Gehen wir einfach erstmal auf den Abschlag. Ja, du bist schneller als ich. Du killst mich damit, aber... Never mind! Never mind, du killst mich damit. Okay. Aber wir haben gesehen, dass einer Eroass... Ist der Choice beendet? Ich meine, die HP ging ziemlich schnell runter. Wir gehen hier einfach auf die Donnerwelle. Du kannst uns mit nichts wirklich treffen, glaube ich. Tut mir leid, Stilberg, aber ich glaube, das kriegst du nicht hin. Er geht hier auf den Schwertanz. Okay. Ich hätte also auf den Burn hoffen können, aber das will ich nicht. Ein Burn ist mir eigentlich schon zu risky. Also auf den Burn zu hoffen ist mir zu risky, meine ich. Was macht mehr Schaden? Ein Voltwechsel oder ein Siederwasser? Ein Voltwechsel, oder? Ich glaube, ein Voltwechsel würde mehr Schaden machen. Wir gehen einfach mal auf den Voltwechsel. Okay, das macht aber auch nicht viel Schaden. Ich glaube, er könnte uns noch sweepen. Ich glaube, er könnte uns mit dem Druck-Zuck-Heap, wenn wir Pech haben, in Einführungsstrichen sweepen. Nein! Obwohl, doch, er trug Zuck. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich einfach was anderes geopfert? Okay, ich gehe jetzt in Flammara und... Wie viel Schaden... Moment, das muss ich jetzt einmal ausrechnen. Ähm, wir haben ein... Äh, Cypher. Sagen wir, es ist ein NU-Choice-Band-Cypher. Wir haben dagegen ein Flareon. Ein NU-Offensive Flareon, das Guts boosted ist. Also, ist der Angriff um 1 erhöht. Dann macht ein Quick-Attack nicht genug Schaden. Ein Flare Blitz ja, aber ein Quick-Attack nicht. Oh Gott. Ich frage, es geht jetzt auf einen Quick-Attack. Obwohl, kann er gar nicht. Ich bin so doof, wenn er gechoice-bindet ist, kann er nicht in den Quick-Attack gehen. Obwohl, er ist nicht gechoice-bindet, er hat Schwertanz benutzt. Das heißt, dann kriegt er sogar das E-Vio-Light. E-Vio-Light. Okay, ich habe nur die Chance. Entweder ist er nicht auf Quick-Attack gegangen, er hat es nicht drauf. Das muss eigentlich... Das muss eins von den beiden sein. Okay. Uh, es war nochmal ganz schön spannend zum Ende hin. Hast du keinen Quick-Attack auf dem Ding? Dann hat er vermutlich Brick-Break... Brick... Brick-Break? Auch begann als Durchbruch. Bug-Bite und Aerial Ace. Und dann halt den Schwertanz. War ein schönes Match, vielen Dank dafür. Ähm, ja, wie gesagt, der eine Crit hat auf jeden Fall gemadert. Gehe ich von aus. Der Crit gegen Moralot, sonst hätte ich es nicht rausgenommen. Glaube ich nicht. Und... Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, ob der gemadert hat. Auf jeden Fall hat der eine Crit nicht gemadert. Nicht wirklich. Gut, dann vielen Dank für den Kampf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, folgt mir auf Twitter, da frage ich nach kämpfen. Und dann bis zum nächsten Mal und tschü tschü. Bis zum nächsten Mal.